Hallo zusammen, hier ist wieder heute ein Abend, bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Kategorie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar bin ich hier auf meinem Twink, den Pandela oder wie ich den genannt habe, ich glaube da habe ich den Stream entscheiden lassen. Das ist ein Char hier auf Kazak und zwar ist Kazak ein relativ großer englischer Server oder sogar einer der größten und hier gibt es relativ schöne viele T-Mock Sachen. Ich habe da bis jetzt auch immer auf dem zweiten Account mir meine Testchars gehabt, um das Zeug zu lernen. Ich mache das jetzt tatsächlich aktuell nicht mehr, dass ich mein Gold auf den Testchars quasi lagere, denn Blizzard hat die Testchars ein bisschen geändert. Und zwar mittlerweile ist es so, dass man kein Gold mehr von einem Testchar wegschicken kann und dementsprechend, sobald mal Gold auf einem Testchar ist, also zumindest den neuen, den alten, die gehen irgendwie weiter, aber die laufen ja irgendwann ab, weil du ja glaube ich nur zwei oder drei Stunden eingeloggt sein kannst. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich erstelle mir hier einen richtigen Char und schicke dann nur noch die Items zu den Testchars, um dementsprechend nicht das Gold komplett zu wasten, dass es da getrappt ist. Ich glaube auf irgendeinem anderen englischen Server ist mir das passiert, dass es in 20, 25k getrappt, die ich von dem Char nicht mal runterkriege. Das Problem ist, diese Testchars können auch nichts mehr Auktionshaus kaufen, also du kannst wirklich nur noch das T-Mock lernen mit denen, du kannst das Gold sonst leider nicht mehr wegkriegen von denen, also das ist ein bisschen blöd. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt habe ich mir jetzt hier ein paar Chars gemacht, ich musste unter anderem auch ein paar T-Mock Sachen von den Panda-Startinseln holen, deswegen ist das hier auch ein Panda, also habe das eine mit dem anderen kombiniert. Und ja, ich kann euch mal zeigen, hier gibt es nämlich einiges an T-Mock drauf, ich habe schon mal gescannt, 200 Items, und das sind nicht nur die weißen, sondern was ich jetzt hauptsächlich kaufen will, sind quasi removede Sachen. Und da hier immer mal wieder Zeug drin ist, habe ich mich dazu entschieden, mal ein bisschen mehr Gold rüber zu basten. Ihr seht, ich habe jetzt hier vom Auktionshaus Post, und zwar habe ich 120 Rollen der Intelligenz verkauft, für 6 Millionen Gold. Natürlich habe ich mir die selber mit einem zweiten Account gekauft, ihr seht hier, der Teller hat die gekauft, quasi auf einem anderen Server das Gold rüber gebasst, über das Auktionshaus, da habe ich ja in verschiedenen Videos schon gezeigt, wie das funktioniert. Der kleine Nachteil ist, über das Auktionshaus verlierst du immer 5%. Also wenn du von einem Server auf den anderen Gold rüber basteln willst, verlierst du 5%, bei 6 Millionen Gold sind es halt 300.000, die sind halt weg. Die hat sich das Auktionshaus geschnappt, beziehungsweise Blizzard. Also 3 Millionen haben wir jetzt schon mal dadurch gewählt, dass ich es jetzt hier von Blackmore auf Kassack rüber gebastelt habe. Dafür haben wir jetzt auf Kassack keine 6 Millionen, sondern 5.700.000, so rum, also minus die 300.000. Und mit dem restlichen Gold wollen wir jetzt jetzt ein bisschen was kaufen. Aktuell mache ich es so, dass ich mir die weißen Sachen kaufe, bis einschließlich 500 Gold. Teure kaufe ich aktuell noch nicht. Ich bin gerade überlegen, komm scheiß drauf, wir erhöhen dieses Ding bis auf 1000 Gold, hätte ich gesagt. Komm, wir kaufen jetzt alles bis 1000 Gold raus, an weißen Sachen. Viele sind hier eh nicht drin, 200 Items sind hier aktuell noch drin. Und ja, das was ich jetzt an weißen kaufe, ist eh das geringere. Ich will jetzt ein paar hunderttausend, beziehungsweise wahrscheinlich sogar über eine Million ausgeben, für, ähm, ja, das ein oder andere Removede, so. Das sind jetzt die Teile, das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, was ich gekauft habe. Einmal hier raus, an grauen. Und was wir jetzt aber eigentlich kaufen wollen, sind die Removeden. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Ihr seht, es waren 200 graue, 200 Teile insgesamt und 127 sind, ähm, quasi nicht weiß oder grau. Also es sind nur um die 70, bisschen über 70 graue Sachen noch drin, die ich brauche. Und das ist oft einer der größten Server, die im EU sind. Also ich habe mir das meiste von den grauen und weißen Zeugen tatsächlich schon gekauft. So, was ich mir jetzt hier kaufen will, sind, ähm, quasi normale Items, die man aus Raids kriegt, bis 50k einschließlich und Removede bis maximal 200.000. Ähm, jetzt habe ich hier schon geguckt, das ist leider Stufe 60, wie ihr seht, und ich kann mir meine Test-Chars, sind maximal Stufe 50, deswegen fällt das schon mal flach. Sonst wäre das echt ein Schnapper, ne? Für 20k wäre ein Schnapper, das können wir nicht machen. Aber das Item können wir kaufen auf dem Eternal Palace für 50.000, das würde ich sagen, kaufen wir uns mal. Dann haben wir hier wieder ein 60er Item, da ist, äh, ein Item Stufe 50, das ist für 70k, das kaufen wir nicht, das ist zu teuer. Dann haben wir hier ein Removedes Item für 75.000, das würde ich sagen, kaufen wir uns. Dann haben wir ein Removedes Item für 80.000, ein Tüten, geben wir jetzt mal ein bisschen mehr Gold aus. So, dann haben wir hier das nächste Removede, 80.000, ein Tüten. Wir müssen dann halt Minus rennen, ne, weil ich jetzt 6 Millionen Postkasten rausgezogen habe. So, das ist auch nochmal ein Removedes, 80.000, ein Tüten, was haben wir hier? Noch ein Removedes, 80.000, ein Tüten, das Schwert, 93k, das kaufen wir uns auch noch. Also jetzt gehen wir mal ein bisschen wild und kaufen wir hier ordentlich ein. Hier, Umhang, 95, auch Removed. Dann noch ein Umhang, 95 Removed. Alles unter 100k, was Removed ist, ist echt das Schnäppchen, ne. So, nochmal 95, was haben wir hier? Nochmal 95. Was haben wir denn jetzt schon ausgegeben? Okay, ich habe jetzt schon 1,3 Millionen fast rausgehauen. Ich würde sagen, wir gehen auf 1,5, oder? Das kaufen wir noch. Also die 300.000, ne, die rechne ich natürlich mit dazu, weil wir hatten ja ursprünglich 6 Millionen rübergebastelt. Okay, jetzt haben wir... Ah, 1, wo kann ich noch kaufen? Das nehmen wir noch mit, das Schwert. Ah, das ist noch eine Axt, oder? Ja, das ist auch Removed. Seht ihr, wie viele Removede Items drauf sind auf den deutschen Servern, wo ich bin? Da sind fast keine Removeden mehr. Okay, jetzt haben wir schon 1,5 Millionen rausgehauen. Ich glaube, jetzt stoppen wir mal zumindest für die Aufnahme. Nehmen die erstmal aus dem Postkasten raus. Das waren jetzt doch einige Items. Mal packen wir das mal hier runter. Da unten seht ihr, das sind die Rollen, die ich benutzt habe zum Serverswitchen. Und zwar waren da nur welche drin für 100.000. Und dann habe ich halt meine für 50k reingestellt und konnte mir die halt dann wieder quasi auf dem anderen Server holen. Das war ganz angenehm. Was ist denn jetzt? Also ich glaube, so viele Removede Items habe ich noch nie auf einmal gekauft. Seht ihr das? Na, schon einiges. So, jetzt rechnen wir mal kurz durch, was wir dafür jetzt ausgegeben haben. Ähm, also wie gesagt, 6 Millionen hatten wir. Und dann haben wir jetzt 4, 4, 8, 7, 0, 5, 2. Okay, also ich habe jetzt ausgegeben 1,513,948. Also aufgerundet 15 Millionen 14.000 Gold dafür. Äh, ist doch einiges. Jetzt schauen wir mal, was kann ich mit welchem Char lernen. Äh, das kann ich sogar gleich mit dem Char hier lernen. Komm, das lernen wir gleich mal. Das kann weg. Äh, das kann ich nicht lernen. Also das ist ein Umhang. Das muss ich dann auf meine verschiedenen Charcen hart noch schicken. Äh, da kann ich gleich mal... Ah, da kann ich gleich mal mit den Charcen noch einloggen. Okay, das ist ein Ketten-Item. Stoff-Item. Stoff. Was haben wir hier? Hier ein Schwert. Das schieben wir mal hier runter. Das kann ich dann eigentlich mit dem Plattenschal lernen. Komm, das schieben wir mal auf Platten-Ebene. Was haben wir hier? Kette. Bei, das ist ein Hunter, ne? Das kann ich jetzt eigentlich auch gleich lernen. Muss ich immer auf meine ganzen Test-Chars einloggen. Das muss bloß gucken, wie lange die noch Playtime haben. Nicht, dass die ablaufen. Und dann ist nämlich Feierabend. Okay, das haben wir auch schon gelernt. Das ist Leder. Stoff. Stoff. Kette. Wenn man nämlich versehentlich mit dem falschen Char was lernt, ist das ziemlich bitter. Okay, das kann ich gleich lernen. Das ist auch Stoff. Schild. Stoff. Die Axt kann ich mit dem hier gleich lernen. Dann muss ich diese ganzen Items nur aus meiner Liste austragen. Die habe ich jetzt eine Weile nicht mehr weiter gepflegt. Oh, das kann ich sogar auch gleich lernen. Warte mal, habe ich gar kein Platten-Item? Ne, ich habe gar kein Platten-Item. Aber ich muss sowieso das zum Worry schicken wegen dem Schild. Weil ich glaube, ich habe mir einen Hunter erstellt und kein Schami, sonst könnte ich das auch lernen. Okay, das waren jetzt soweit die Items. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir das alles einmal gelernt kriegen und dann auch aus der Liste austragen. Jetzt ist das jetzt dann doch noch ein bisschen mehr. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Removede Items waren das jetzt. Ein Teil aus Eternal Palace und ein paar graue. Gut, die grauen, die sind vernachlässigbar. Gut, ich würde sagen, das war es mit dem kleinen Waste-Video. Die ganzen Sachen lernen und austragen aus den Sheets mache ich, glaube ich, nach der Aufnahme. Sonst wird das hier ein bisschen langwierig. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Waste-Video wieder. Eutla, bis dahin, ciao.